Ich hab immer noch so viele Trauben. Nicht. Ach man, ey, das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Das ist echt nervig hier. Vor allem, weil ich treffe ja eigentlich schon diesen Kasten, wo das Ding drin ist. Dann könnte man eigentlich auch werten lassen. Das ist nur die Frage, wo krieg ich neue... Wo krieg ich neue Waldrauben her? Was steht heute zur Auswahl? Hm. Fick dich doch, ey. Okay. Ich muss da auf jeden Fall lang. Weil ich sonst... Ah, da. Da sind die beiden drauf. Ich muss da lang, weil ich sonst nicht da hinten rüberkomme. Das ist nichts Optionales. Wer hätte es gedacht? Jedes Mal der gleiche Fick hier, ey. Das ist das Zielding, das macht mich kirre. Klick, 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 klick. Was steht heute zur Auswahl? Was steht heute zur Auswahl? So, und jetzt nichts verkacken. Alter. Ich wollte schon sagen, bloß die richtige Tasse drücken, ey. Da wäre ich da fast runtergefallen. Das wäre ja noch gewesen. Voll die Anstrengung und dann runterfallen und das Ding nicht kriegen. Hier, bitteschön. Oh, danke, Kumpel. Puh, was für eine Erleichterung. Warum kann der mit seiner Unterhose fliegen? Ich will das auch können. So, ich gehe jetzt nochmal hier rein. Ne. Schade. Gut, dann weiter. 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 Kontrollpunkt. What. Da. Fuck. Gibt es hier vier Geheimnisse? Okay, ich dachte schon, ey. Das wäre ja gewesen. Da unten ist wahrscheinlich der Tod. Hier. Ich weiß nicht, die Dinger sehen irgendwie lecker aus. Sieht irgendwie so nach Blätterteig aus. Ich weiß auch nicht. Blätterteig ist schon toll. Also Kamera kann man hier leider nicht drehen. Wir müssen die Kugel da wahrscheinlich in den großen Mund reinkriegen. Was mit dir? Und guckst du so? Bum. Bum. Bäh. Na gut. Das scheint ja nicht so schwierig zu sein. Man muss da wahrscheinlich, weil wir einen zu wenig haben, muss man dann den letzten nochmal nach vorne tragen. Ne. Gar nicht wahr. Oder die tun unterschiedlich weit machen. Das kann natürlich auch sein. Bum. 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 Das war ja mal ein, äh, schwieriges Rätsel. So. Kontrollpunkt. Ich klapper die jetzt hier jedes Mal ab, weil die sehen halt so aus wie diese Geheimnisdinger. Und der Raum hier sieht genauso aus wie der andere. Das finde ich nicht so geil. Wie immerhin kriegen wir hier gut, äh, gut, äh, Weintrauben. Ich mag auch irgendwie das Geräusch, wenn wir die aufheben, dieses. Nochmal. Aber wir haben diesmal wahrscheinlich nur einen, ne? Ja, hab ich mir, hab ich's mir doch gedacht. Hab ich's mir doch gedacht. Das ist cool. Das mag ich. Ja. Ich nehm die mal mit. Oh. Dann müssen wir eh wegmachen. Das sieht anders aus. Das ist oben nicht so... Das ist oben nicht so schmal. Oh nein. Ich bin so froh, dass man die immer wieder machen kann, hier die Level, ne? Ja, ich weiß, das war nicht so gut. Ich war ja auch nicht drauf gefasst, was hier kam. Ich dachte eigentlich, das wäre einfach wieder so ein langweiliger Raum. Wo man die Münzen aus den Behältern holen kann. Das wird nix. Ich wäre fast gestorben übrigens. Again. Dankeschön. Das sind aber ganz schön viele Münzen. So. Hätten wir das auch geschafft. Hm. Hm. Ich geh die trotzdem ab. Man weiß ja nie. Am Ende fehlen mir dann irgendwie zwei Münzen. Oh no. Oh no, oh no. Da sehe ich eine Münze. Teufelsarmer. Oh no. Ah, okay. Das brauchen wir, um da hochzukommen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein, 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 nein. Was? Ich dachte, du könntest nur geradeaus gucken. Bist du doof? Moment. Okay. Gut. Dann können wir das halt nicht mehr machen. Oder ist das... Das dürfte eigentlich kein anderer Speicher. Aber da müsste eigentlich genau der hier vor sein. Ja. Warum hat er mich gesehen? Das dürfte jetzt hier eigentlich nicht so das Problem sein. Ich muss einfach nur links das Bäschen da hinstellen. Und da sind wir ja sowieso schon. Ach. Vielleicht sind wir eigentlich ein Dranbau oder was? Ja. Das war mal gut getimed. Zap. 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 Leider kein Checkpoint hier oben. Aber da ist wieder ein Geheimnis. Mit sowas habe ich eben gerechnet. So, dann fehlen uns jetzt noch fünf. Ich schätze mal, uns fehlen noch fünf. Ähm. Münzen. Ich gehe mal davon aus, dass es hier 100 gibt. 100! Das steht heute zur Auswahl. Hätten sie ein bisschen präziser machen können. Einfach das... Das komische Fadenkreuz ein bisschen kleiner machen. Damit man weiß, wo man hinstießt. Ah, das sieht... Okay. Ich schätze mal, die rote ist ein Doppelter und das blaue ist ein einfacher. Deswegen setzen wir das hier hin. Da unten ist der Tod, höchstwahrscheinlich. Da müssen wir die abnutzte roten hinbringen. Hm? Hm? Ja. Ne. Das nehme ich mit. Das sind so merkwürdige Level, ne? Kontrollpunkt. Was steht heute zur Auswahl? Oh! Was ist das denn? Ein Grüner. Was macht denn der Grüne? Das muss ich mir jetzt erstmal angucken, was der Grüne macht. Wie soll's das aufheben? Ah. Mit dem muss ich dann wahrscheinlich weiterführen. Dann machen wir den hier hin. Lautes Säuberungsauto, glaube ich, gerade draußen. Den hier hin. Mit dem Grün müssen wir den dann da rüber schippern. Ah, sowas finde ich cool. Juhu. Juhu. Wow. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Schwung zu tun hat. Nicht zu nahm! Nicht zu nahm! Nicht zu nahm! Jetzt bin ich hier gleich tot, das ist doch der Wahnsinn. Wenn ich mich von so einem dummen Steinklumpen treffen lasse. Ich glaube, so ist das gedacht. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Wow! Ich glaube, das wird nicht reichen. Ach, Moment, ich bin dumm. Der ist doch erhöht. Es kann sein, dass das trotzdem reicht. Ach, Mann, Hülle. What are you doing? Es kann sein, dass das durch die Erhöhung doch passt.